Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Q&A-Video. In diesem Video würde ich gerne wieder eure Fragen beantworten. Ich hatte vor ziemlich genau zwei Wochen und ja, das ist dieses Mal ein sehr spätes Q&A-Video, hatte ich mal in der Community-Sektion gefragt, ob ihr Fragen habt. Ihr habt geantwortet und eure Fragen würde ich gerne mal hier in diesem Video durchgehen. Gut, fangen wir mal zuallererst mit der ersten Frage oder ich sehe gerade eher den ersten Kommentar von Christoph an, nämlich keine Fragen, einfach nur mal Danke sagen für den Support und die Einblicke immer. Leon, bleib so wie du bist und mach ewig weiter so. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte, ich kann dir versprechen, dass das für ewig weitergehen wird. Nein, aber wie gesagt, ich plane weiterhin hier jeden Tag schön zu uploaden. Ich hoffe natürlich, dass euch die Videos gefallen und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn euch die Videos mal nicht gefallen. Ich habe wie gesagt viele, viele weitere Themen, die ich gerne mit euch besprechen möchte und danke für die lieben Worte, da wird wie gesagt noch viel, viel kommen. Dann die nächste Frage kommt von Petruschki, dass das Video nice wird, ist schon vorherzusehen. Hast du immer noch zwei Depots oder ist jetzt alles bei dir kommend direkt? Ja, es ist um echt zu sein alles, wie wir jetzt bei der kommend direkt. Ich hatte einiges noch auf Trade Republic rumliegen. Warum genau habe ich mich dagegen entschieden? Ich denke, also mein Problem ist so ein bisschen, dass ich das sehr ungern in die Zentrale habe. Das Schöne natürlich bei Trade Republic sind einfach die Gebühren, die praktisch nicht existent sind. Bloß ich hatte über Trade Republic relativ viel aktives Trading gemacht und davon möchte ich mich um echt zu sein ein bisschen zurückziehen. Warum? Weil ich einfach so wenig Zeit habe dafür. Sicherlich, wenn ich zum Beispiel vielleicht ein paar Geschäftsbereiche auslagern würde, dergleichen könnte ich mich noch mehr aufs Trading fokussieren, aber das möchte ich gar nicht so sehr. Ich möchte nicht nonstop irgendwelche Geschäftsreports und so weiter lesen müssen. Ich möchte mich eher aufs passive Investieren fokussieren. Das heißt, wirkliche Unternehmenswerte, wo ich sage, okay, das Unternehmen, die werden auch, sag ich jetzt mal, noch in 10, 20, 30 Jahren relevant sein. Die haben zum Beispiel Göns- und Dividenden-Aristokraten oder sind halt einfach solche No-Brainer, wie beispielsweise der MSCR World, wo ich dann immer schön jedes Jahr meine 7 oder 10% oder was auch immer bekomme. Also ich habe mich im Echtzeit sehr von dem aktiven Trading zurückgezogen. Deswegen habe ich auch alles auf Com direkt rübergelegt. Ich habe sehr viel liquidiert in meinem Trade Republic Account und habe das, wie gesagt, alles rübergeschoben. Und genau, ich denke, das wird auch noch vor einiger Zeit so weitergehen. Vielleicht werde ich eines Tages mal wieder aktiv das Ganze machen, aber ist derzeit erstmal nicht geplant. Liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie zu wenig Gewinn gemacht habe. Also ich habe definitiv mit meinem aktiven Trading Portfolio, sag ich jetzt mal, mehr verdient als mit meinem passiven, sag ich jetzt mal. Aber ich habe dementsprechend auch viel, viel mehr Zeit reingesteckt. Und ganz ehrlich, meine Unternehmen laufen gut und die Zeit, die ich ins Trading reinvestiert habe, das hätte ein Vielfaches, sag ich jetzt mal, hätte ich mit meinem Unternehmen rausbekommen. Und vor allen Dingen habe ich auch immer sehr viele, ich nenne es mal Opportunity Costs in der Zukunft. Das heißt, das, was ich jetzt tue, wird natürlich auch dann viel, viel, viel mehr Geld in der Zukunft sein. Aber dementsprechend ist es für mich einfach die sinnvollste Entscheidung, mich nur auf mein Unternehmen zu fokussieren. Und deswegen gehe ich jetzt halt sehr stark über zum passiven Investieren. Super Frage. Dann die nächste Frage kommt von Hohe Dividenden für die Rente. Hallo Leon, super Videos. Habe eine Frage zu den Low-Content-Büchern. Diese werden bei Amazon als Taschenbuch deklariert. Muss ich aus diesem Grund auch immer zwei Bücher an die Nationalbibliothek senden? Super Frage. Es gibt diesbezüglich schon eine Quelle online, die das sagt, was ich auch selbst bestätigen kann. Nämlich, dass die Nationalbibliothek diese Art von Büchern nicht haben möchte. Also dieses ganze Thema, das schwirrt immer wieder rum und viele Leute werden sagen, aber du musst und andere Leute werden sagen, aber du musst nicht. Und das zumindest, was ich bei der Nationalbibliothek erfragen konnte, ist, dass diese No- bzw. Low-Content-Bücher nicht von Interesse sind. Bei einigen, also es gibt sowieso schon die Option, dass man in vielen Fällen einfach nur eine digitale Kopie dort einreicht. Aber bei Low- bzw. No-Content-Büchern glaube ich und weiß ich, dass die eigentlich die nicht haben wollen. Am besten einfach nochmal bei denen nachfragen. Die werden dir höchstwahrscheinlich dieselbe Antwort geben. Genau, also das gilt übrigens auch für die Landesbibliotheken. Soweit ich das sehe, wollen die keine Notizbücher haben. Super Frage. Dann die nächste Frage kommt von Edjuel. Nämlich, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Zuallererst, danke für deinen Content, der so viel Mehrwert bietet. Ich habe zu danken für Schauen. Mich würde mal interessieren, wie du es schaffst, all diese Einkommensströme zu managen bzw. einen Überblick über das Ganze zu behalten. Und Frage 2, wie sieht deine Reiseplanung aus? China als bevorzugtes Land. Super Fragen. Fangen wir an mit dem ersten Teil. Also ich muss ehrlich zugeben, dass der Überblick mir nicht sonderlich schwer fällt, weil sehr viele Einkommensströme recht passiv sind. Zum Beispiel, ich kann das Ganze immer, sagen wir zum Beispiel beim T-Shirt-Business. Das sind insgesamt vielleicht 10, 12 Plattformen oder sowas, über die ich Einnahme ziele. Schlussendlich könnte man denken, mein Gott, das sind ja 12 unterschiedliche Plattformen, um die ich mich kümmern muss. Nicht wirklich. Ich meine, ich benutze ein automatisiertes Uploading-Tool. Ich kümmere mich einmal darum, dass ich halt die Designs fertig bekomme, lade die hoch, fertig ist und da muss ich auch nicht wirklich viel mehr machen. Also das ist zum Beispiel so ein komplettes Business, was ich halt an einem Tag im Monat managen kann. Was die Online-Kurse angeht, gut, da muss ich halt immer schauen, dass ich, wenn ich einen neuen Kurs launche, die Links zu den Kursen an die Plattform weitergebe, die dann für mich den Kurs erstmal von meiner Plattform runterladen und dann auf deren Plattform hochladen. Und was die ganzen anderen Einnahmequellen angeht, ich habe keine besonders spezifische Struktur. Ich habe zum Beispiel eine Sache gemacht, die mich immer wieder daran erinnert, wie ich Geld verdiene, nämlich manchmal vergesse ich auch einfach, dass ich bestimmte Einnahmequellen habe. Ich weiß, es hört sich ein bisschen eigenartig an, aber zum Beispiel eine Einnahmequelle, die ich immer wieder vergesse, ist einfach E-Mails über meine eigene Akademie rauszuschicken und damit mache ich immer jetzt ein relativ gutes Geld, aber ich vergesse das dauernd und deswegen habe ich mir eine große Excel-Tabelle gemacht mit allen Einkommensströmen, die ich bisher aufgebaut habe und auch allen Einkommensströmen, die ich mir aufbauen möchte. Und diese Excel-Tabelle ist wirklich extrem groß, aber ich kann natürlich diese Excel-Tabelle durchschauen und erinnere mich selbst daran, an die jeweiligen Einnahmequellen, dass die zum einen existieren, ich meine, so oder so, jeden Monat in meiner Buchhaltung muss ich, sag ich jetzt mal, die Einnahmequellen wahrnehmen, anders geht es ja gar nicht, bloß in vielen Fällen muss ich auch einfach mal durch diese Excel-Tabelle durchgucken, um mich selbst daran zu erinnern, dass ich bestimmte Dinge pushen muss, weil zum Beispiel, manche Einnahmequellen passieren nicht so schön passiv, wie ich es mir vorgestellt habe, zum Beispiel, sagen wir mal, Shoutouts. Hier auf YouTube verkaufe ich ja Shoutouts, also dass ich zum Beispiel in einem Video einer Person einen Shoutout gebe. Problem ist da nur das Folgende, nämlich, dass wenige Leute tatsächlich darauf stoßen, über den Kanal, als ich dachte, ich muss dann also die Leute, die schon mal Kunden bei mir waren, immer wieder anschreiben und dementsprechend ist das sehr viel aktive Arbeit. Also, ich mache das Ganze über eine Excel-Tabelle, dass ich einfach alle Einnahmequellen da rein tue, ich gucke die öfter mal durch, manchmal auch einfach, was weiß ich, wann auch immer ich Lust habe, schaue das einfach mal durch, gucke, welche Dinge muss ich mal wieder pushen, nehme dann ein Ziel, wann ich das nächste, zum Beispiel Buch umsetze, wann ich die nächsten E-Mail-Push mache oder was auch immer und so läuft das einfach. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jeden Tag eine spezielle Struktur habe. Das Einzige, was ich vielleicht tue, ist, ich versuche immer, das, was mir am meisten Geld zu machen, was mir am meisten Geld macht, auch am meisten zu machen, zum Beispiel halt Online-Kurse, das ist eigentlich immer so eine Konstante. Ich probiere jeden Tag Videos für Online-Kurse aufzunehmen und alles andere baue ich so irgendwie drumherum, sage ich jetzt mal. Und natürlich muss ich mich auch selbst immer oft ein bisschen peitschen, weil nämlich die Coachings kommen immer rein, das läuft zum Beispiel extrem passiv, also dass die Aufträge, sage ich jetzt mal, reinkommen, da muss ich mich kaum um die Akquise kümmern und auch die Ghostwriting-Aufträge, die muss ich natürlich immer zu einem spezifischen Zeitpunkt abliefern. Ich habe das bei mir so organisiert, ich habe hier unten ein Whiteboard stehen und da drauf steht, welche Aufträge ich wann angenommen habe und dann gucke ich halt, okay, was muss mal wieder abgeliefert werden, was steht noch an und genau so organisiere ich dann diese aktiven Aufträge, sage ich jetzt mal. Dann die zweite Frage, wie sieht deine Reiseplanung aus, Chinas bevorzugtes Land? Ich muss ehrlich zugeben, dass ich derzeit mich um ein Visum nach China bemühe. Ich würde das sehr, sehr, sehr gerne tun. Ich hoffe sowieso die nächsten Jahre, wenn irgendwo diese ganze Situation jetzt endlich mal richtig vorbei ist, dass ich dann auch wirklich jedes Jahr da viele Monate verbringen kann. Ich mag das Land sehr gerne. Viele von euch, wie gesagt, mögen mich dafür rügen, aber ich meine, ich habe da lange gelebt. Das ist einfach ein Teil meines Lebens und ich möchte, wie gesagt, gerne zurück. Deswegen China absolut bevorzugtes Land. Wenn ich reinkomme, definitiv so viel Zeit wie möglich drüben verbringen. Aber sonst, ich meine, ich werde jetzt erstmal an die holländische Grenze fahren, weil dort meine Großmutter begraben liegt und die möchte ich einfach mal besuchen und dann werde ich wahrscheinlich mal über Holland, Frankreich, ein bisschen russisch nach Spanien oder sowas mal ein bisschen fahren. Also einfach mal diese ganzen Länder kennenlernen, weil ich muss zugeben, ich war noch nie in Holland. Ich war noch nie, also in Niederlande, soweit ich weiß. Also ich bin ja immer so ein Theoretiker. Ich glaube, Holland ist ja nur ein Teil von Niederlanden, also dementsprechend Niederlande. Dann würde ich gerne mal nach Belgien. Ich war nie in Belgien. Ich würde gerne mal nach Luxemburg. Ich war noch nie in Luxemburg. Ich würde gerne mal nach Frankreich. Ich war zwar schon in Frankreich, aber nur, sag ich jetzt mal, als Transit, also nicht wirklich, dass ich da Zeit verbracht habe und auch ich war noch nie in Spanien. Also ich muss mal diese ganzen europäischen Länder bereisen, auch wenn ich offen und ehrlich zugeben muss, dass ich jetzt nicht so großes Interesse an den meisten europäischen Ländern habe. Mich interessieren vielleicht oben die Fjorde in Norwegen, Schweden, sag ich jetzt mal und vielleicht noch Italien, Griechenland. Finde ich sehr interessant, aber weiß ich nicht, so die anderen Länder, vielleicht entwickelt sich die Faszination, in dem ich dort mal sein werde. Aber um die Frage kurz zu beantworten, definitiv Schiener bevorzugtes Land. Dann die nächste Frage kommt von SP, nämlich erstmal vielen Dank für deinen guten Content, den du immer lieferst, sowohl hier als auch in deinen Kursen. Vielen Dank. Ich, also ich habe zu danken. Könntest du eventuell mal etwas zur Preisgestaltung von deinen Kursen erzählen? Aha, na klar. Insbesondere auf Udemy. Also wie legst du die Preise für deine Kurse fest und wie häufig verkaufst du tatsächlich für den vollen Preis ohne Rebat-Aktionen seitens Udemy? Das wäre super interessant. Klar, ich mache das immer so, dass ich meine Kurse zum absolut höchsten Preisanbieter, nämlich für 199,99. Warum tue ich das? Weil nämlich Udemy immer diese riesigen Discounts gibt und wenn dann zum Beispiel ein Kurs für 9,99 angeboten wird, dann ist das, sagen wir mal, 95% Discount, sieht also sehr attraktiv aus. Und ich habe in der letzten Zeit, oder nicht in der letzten Zeit, sondern ich habe früher viel mit den Preisen rum experimentiert und habe dann zum Beispiel mal die Kurse nur 79,99 teuer gemacht oder nur mal 49,99 oder nochmal 129,99 und da, wo ich immer am meisten Sales gesehen habe, war einfach beim höchsten Preis. Also deswegen bin ich dazu übergangen, einfach immer den höchsten Preis zu wählen, egal was es für ein Kurs ist. Da ich sowieso nur noch riesige Masterclasses produziere, denke ich mal, ist auch der Preis zumindest theoretisch gerechtfertigt. Wie oft verkaufe ich tatsächlich den Kurs zum vollen Preis? Also ich habe ein paar tausend Sales sicherlich pro Monat auf Udemy und vielleicht 5 Sales pro Monat zum vollen Preis. Also eigentlich verkaufe ich alles zum weit, weit günstigeren Preis und auch selten habe ich tatsächlich mal einen Kurs verkauft bei 199,99, sondern eher so 129 oder mal 149 oder sowas. Aber die 199 habe ich ganz selten mal. Also ich würde fast sagen, das ist weniger als 10 Mal pro Jahr oder sowas. Und ich meine, ich generiere halt schon ordentlich Sales. Also so gut wie nie. Und komischerweise ist es aber auch so, wenn ich den Preis runtersetze, dass ich eigentlich nie einen Preis oder einen Verkauf habe bei dem jeweiligen Preis. Zum Beispiel halt 99,99 oder sowas oder 79,99. Da gehen eigentlich normalerweise auch keine Sales rein. Also ich würde dir einfach empfehlen, also sowas zumindest für mich gut funktioniert, den höchstmöglichen Preis zu nehmen. Genau. Und das hat bei mir, wie gesagt, einfach zu den meisten Sales geführt. Super Frage. Dann die nächste Frage kommt von niemand, nämlich ja, wie empfiehlst du neue Sprachen zu lernen beziehungsweise was war deine Methode dafür? Hast du für Mandarinen und so weiter Apps genutzt? Okay, super Frage. Das Interesse folge ich schon Monate. Angefangen mit Apps habe ich vor drei Tagen, aber es ist für mich schwierig anzufangen, weil ich einfach nicht weiß, niemand in meinem Umfeld spricht die Sprache Dänisch und wegen der kurzen Zeit, in der ich angefangen habe, habe ich Angst, Geld auszugeben, bin 14. Wie hast du das alles geschafft? Viele Grüße und danke für die Videos. Also wie gesagt, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ich spreche fließend Mandarinen, weil ich ja früher in China gelebt habe und ich muss dir ehrlich zugeben, dass ich kein großer Fan von den meisten Apps oder den meisten Lehrbüchern oder dergleichen bin, weil man einfach sehr viel schneller die Sprache lernt, wenn man in dem jeweiligen Land ist. Und zum Beispiel, viele von euch werden sicherlich sagen, naja, aber man kann ja zumindest mit Büchern ein bisschen lernen oder man kann, sag ich jetzt mal, schon mit Apps ein bisschen was hinzulernen und ich muss einfach wirklich davon abraten, einfach nur aus vollem Grund, nämlich wir hatten in China für drei Monate Mandarinen gelernt und es kam eine Klasse zu uns aus den Vereinigten Staaten und die hatten für 14 Jahre lang Mandarinen und wir waren nach drei Monaten denen um einiges überlegen und wo ich immer denke, okay, du kannst halt 14 Jahre dich hinsetzen und die hatten wirklich wiederkehrend, jede Woche, das war so eine, das war von Grundschule bis Oberschule bis Studium oder was auch immer und die hatten für 14 Jahre das gelernt oder du setzt dich einfach drei Monate in dem Land hin und lernst das aber richtig volle Kanne, hardcore. Und ich würde euch einfach, oder ich würde dir folgendes empfehlen, ich weiß, du bist noch sehr jung, aber wenn du wirklich diese eine spezifische Sprache sprechen möchtest und es ist wirklich dein Ziel, dann mach einen Schüleraustausch. Zum Beispiel, meine Eltern hatten damals absolut kein Geld, mir einen Schüleraustausch zu bezahlen, ich habe ein Vollstipendium bekommen, damals vom DFH für die Vereinigten Staaten, hatte dann, wie gesagt, in den Vereinigten Staaten für ein Jahr gelebt und ich hatte dann, weil ich anfangs noch einen Schüleraustausch in China machte, hatte ich von der Mercator Stiftung auch damals ein Stipendium erhalten und das waren, glaube ich, 5.000 Euro und die restlichen paar tausend Euro habe ich noch mit BAföG hinzugesteuert, sodass ich zwei Auslandsjahre praktisch zu 100% habe bezahlt bekommen, weil ich, wie gesagt, geschaut habe, wo kriege ich Vollstipendium, was muss ich tun, um zum Beispiel Stipendium zu bekommen, welche Teilstipendien gibt es und so weiter und so fort und es gibt für all diese Optionen gibt es Teilstipendien beziehungsweise Vollstipendien und ich gehe mir davon aus, dass es auch sicherlich zum Beispiel über Ayusa oder dergleichen oder AFS oder sowas auch vielleicht einen Austausch nach Dänemark gibt und die sind bestimmt auch ziemlich günstig, also ich gehe mir davon aus, dass du vielleicht nur 5.000 bis 6.000 Euro dafür zahlen musst für ein Jahr und wenn du schon eine Teilstipendium bekommst, kann es gut sein, dass du 3.000, 4.000 Euro davon als Teilstipendium bekommst und dann zahlst du vielleicht nur noch 1.000, 2.000 Euro und wenn du dich vielleicht mal für ein paar Monate hinsetzt oder ein paar Monate Zeitung austrägst, dann hast du das Geld zusammen und kannst dir halt ein komplettes Jahr dort drüben leisten und ich kann dir einfach nur sagen, ein Schüleraustausch ist eine der besten Sachen, die du machen kannst in deinem Leben, einfach nur aus folgendem Grund, du wächst innerlich extrem, auch wenn du zum Beispiel, ich meine meine Auslandsjahre in den USA, damals war ich noch echt pubertär und das hat mir viel Unsinn aus meinem Kopf genommen dieses Jahr und ich kann dir würde sagen, dass es dich sehr wachsen lässt, dass es dir eine neue Perspektive gibt, du lernst einfach mal dein Land, dein Zuhause von einer komplett anderen Perspektive erkennen und lernst es auch vielleicht sehr objektiv einzuschätzen und merkst vielleicht auch, wo sind Dinge besser auf der Welt oder was möchtest du wirklich mit deinem Leben anfangen, deswegen, ich würde dir einfach empfehlen, du bist noch so jung, mach auf jeden Fall einen Schüleraustausch, lern die Sprache dort, wenn du jetzt tatsächlich lernen möchtest, dann würde ich dir vielleicht vollends empfehlen, such dir einfach einen richtig guten YouTube-Kanal, dafür brauchst du nicht unbedingt jetzt irgendwelche tollen oder teuren Apps oder Rosetta Stone oder was auch immer, ich würde einfach nach einem guten YouTube-Kanal schauen, der dir das Ganze beibringt, zum Beispiel, ich konsumiere immer noch gerne Content vom YouTube-Kanal Mandarin Corner, das ist ein Kanal, auf dem man Chinesisch lernen kann und der ist super, dementsprechend, ich glaube, sowas wird es sicherlich auch für den dänischen Bereich geben, aber klasse Frage. Dann die nächste Frage kommt von Vitali T. Du bist der fleißigste Mensch, den ich kenne, das motiviert so sehr, das glaubst du gar nicht, auch vielen Dank. Über Geld spricht man nicht, ich weiß, aber ich würde dennoch gerne wissen, was du so bei Udemy im Monat verdienst, wenn du darüber sprichst. Also, wie gesagt, ich verrate meine Udemy-Einnahmen nicht und ich werde es wahrscheinlich auch niemals tun, aber ich kann dir einfach nur sagen, das ist eine gute fünfstellige Summe, die ich damit verdiene, ich bin im deutschsprachigen Bereich wahrscheinlich unter den Top 3 von den Top-Earners, denke ich mal, vielleicht Top 5, keine Ahnung, also, ich weiß es im Echtzeit nicht, ob ich jetzt unter den Top 5 oder Top 10 oder Top 3 oder was auch immer bin, aber ich denke mal, ich bin schon relativ weit vorne und gut, ich meine, es ist auch keine Competition, das ist jetzt kein Wettbewerb, dass man da x verdient oder was auch immer, aber ich kann dir einfach nur sagen, basieren vielleicht auf dem, was ich auf Udemy mache, ist es eine wirklich gute Summe, ist es eine fünfstellige Summe, eine fünfstellige Summe seit langer, langer, langer Zeit und ja, ich denke mal, wenn du halt gute Kurse lieferst, kommst du da easy auch hin. Vielen Dank für deine lieben Worte, Fleiß ist wirklich das A und O, deswegen sei fleißig, arbeite hart, arbeite smart, versuch immer, dein Bestes zu geben und auch wirklich, zum Beispiel, wenn du jetzt mit Udemy startest, tolle Kurse abzuliefern, auf die du auch wirklich stolz bist. Dann die nächste Frage kommt von Finnland Club, nämlich, hi, mich würde deine Vorgehensweise zum Thema, wie man mit einfachen Mitteln einen bestehenden YouTube-Kanal mit dazugehöriger Webseite pusht, interessieren, Gruß, Micha. Ja, also ich meine, mit einfachen Mitteln einen bestehenden YouTube-Kanal mit dazugehöriger Webseite pusht. Ganz ehrlich, viel Content, guten Content liefern. Ich würde halt schauen, dass ich schon ein bisschen Clickbait in meinen Titeln verwende, weil einfach Clickbait führt zu schnellerem Wachstum. Ich würde ein Call-to-Action integrieren, dass die Leute also auch wirklich einen Kanal abonnieren. Das heißt, ich würde vielleicht am Anfang von den Videos sagen, hey, abonniere meinen Kanal. Und zum anderen würde ich halt auch einen klaren Call-to-Action zum Beispiel in der Mitte beziehungsweise am Ende des Videos machen, auf die Webseite, dass du halt sagst, okay, gib meine Videobeschreibung rein. Da befindet sich zum Beispiel, sagen wir mal, ein kostenloses E-Book. Das ist dann halt so ein Lead-Magnet, mit dem du dann Leads, also E-Mail-Adressen und dergleichen einsammelst. Darüber baust du dann eine E-Mail-Newsletter auf, schickst die E-Mails raus, promotest dadurch deine neuen Videos und deine Webseite und kannst halt so Traffic generieren beziehungsweise kannst auch Produkte verkaufen. Das, denke ich mal, wäre hier eine ganz sinnvolle Vorgehensweise. Super Frage. Dann die nächste Frage kommt von Sonja. Halleon, welche Ideen online Geld zu verdienen hast du für Leute über 50, die weder bei Instagram noch bei Facebook sind? Also ganz ehrlich, ich verdiene kein Geld wirklich über Instagram oder Facebook, ein bisschen vielleicht, aber du brauchst nicht Instagram oder du brauchst auch nicht Facebook, um Einnahmen zu erzielen. Ich denke sogar oft, dass Facebook und Instagram eher eine Ablenkung von Einnahmen sind, dass du also praktisch, wenn du zum Beispiel viel Zeit dort verbringst, gar nicht so ordentliche Einnahmen erzielen kannst. Also die meisten Plattformen kommen auch ohne Instagram und Facebook aus, sogar die meisten. Ich würde dir vielleicht Folgendes empfehlen. Ich meine, zum Beispiel eine Sache, die meines Erachtens so gut wie jeder kann, egal in welchem Alter, ist Reselling, dass man also praktisch sagt, okay, man kauft ein Produkt günstig ein, verkauft es teurer und zum Beispiel ein Produkt bei eBay reinstellen, sonderlich jung sind, die über 50 übrigens sind, die machen das auch. Ich kenne viele Leute über 50, die zum Beispiel einfach auf eBay ein bisschen was verkaufen, sei es zum Beispiel auch viele Leute auf Etsy, die da mal was selbstgemachtes verkaufen, die mit einer Nähmaschine zum Beispiel mal einen kleinen Rock oder irgendwas nähen. Ich würde dir vielleicht empfehlen, eBay ist eine super Sache, das kann man immer gut machen. Sonst, wo man vielleicht auch wenig Technik braucht, wäre vielleicht in dem ganzen Bereich rund ums Thema. Obwohl, ich würde dir eigentlich empfehlen, eBay ist zum Beispiel eine ziemlich einfache Sache, du gehst in physischen Laden rein, kaufst was, verkaufst es teurer, fertig ist, ist eigentlich ein ziemlich simples Businessmodell, das auch jeder über 50 machen kann. Und sonst, ich würde mich auch, wenn ich du wäre, gar nicht so sehr davor scheuen, zum Beispiel Online-Kurse zu machen, weil ich meine, du bist über 50, du hast höchstwahrscheinlich viel Wissen in deinem Leben gesammelt, das zum Beispiel Leuten beizubringen oder einen YouTube-Kanal zu starten und regelmäßig zu posten oder zum Beispiel halt, sagen wir mal, Leuten etwas beizubringen, das ist natürlich nie eine schlechte Option, gerade für die Leute, die viel Lebenserfahrung haben. Dann die nächste Frage kommt von Aktienleben, nämlich wie verdient man am besten Geld mit Social Media Marketing, dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg, naja gut, ich meine als Agentur sicherlich. Ist eine gute Frage an sich, Social Media Marketing kannst du natürlich für dich selbst nutzen, dass du sagst, okay, ich brande mich selbst, ich vermarkete mich selbst, ich promote meine eigene Brand und verkaufe etwas über diese Brand, dauert natürlich ziemlich lange, du wirst höchstwahrscheinlich schneller gute Einnahmen ziehen können, indem du, wenn du dich wirklich damit auskennst, deine eigene Agentur aufmachst. Das heißt, Webseite erstellen, dann zum Beispiel Cold Calling machen, sei es über gelbe Seiten, sei es über, was weiß ich, welche Tools. Gut, viele von euch werden sicherlich sagen, aber Cold Calling, das ist doch mit der DSGVO und so weiter und so fort. Also gut, nochmal, ich möchte euch keine Tipps geben, die, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also sagen wir es mal so, ich würde wie gesagt eine Webseite aufsetzen, würde schauen, dass ich mich positioniere in einer ganz, ganz klaren Nische, würde anschließend dann gucken, dass ich mich auf zum Beispiel Kalterquise fokussiere, würde wie gesagt einen Termin mit den Leuten ausmachen, würde die erste Dienstleistung recht günstig anbieten, um einfach den Fuß in die Tür zu bekommen und dann den Leuten weitere Dienstleistungen verkaufen. Zum Beispiel fängt das an mit wir kümmern uns um ihre Facebook-Seite und endet mit wir machen auch ihr E-Mail-Marketing, wir machen für sie SEO, wir bauen für sie die Webseite auf und so weiter und so fort. Super Frage. Dann die nächste und letzte Frage kommt von dem, meinem liebsten Abonnenten, welchen Namen man nicht aussprechen kann, nämlich Hi Leon, lohnt es sich noch einen Kanal auf Udemy zu starten? Welche Bilder kann man in seine Udemy-Kurse oder YouTube-Videos integrieren, ohne Probleme mit Udemy zu bekommen und welches Mikrofon und welche Belichtung empfiehlst du für Udemy? Fangen wir an mit dem ersten Punkt, nämlich lohnt es sich noch einen YouTube-Kanal auf Udemy zu starten? Absolut. Du bist noch ziemlich früh dran. Ich würde jetzt halt volles Rohr auf Udemy Kurse publizieren, gute Kurse publizieren mit hoher Qualität und dann kannst du über Udemy noch richtig, richtig gutes Geld verdienen. Deswegen macht das auf jeden Fall. Lohnt es sich noch? Absolut. Dann die nächste Frage, welche Bilder kann man in seine Udemy-Kurse oder YouTube-Videos integrieren, ohne Probleme mit Udemy zu bekommen? Da würde ich dir vielleicht Folgendes empfehlen, nämlich nutze einfach die Plattform FreePick zum Beispiel für alle von meinen Thumbnails und alle Fotos und dergleichen, die ich nutze, die nehme ich alle von FreePick. Da habe ich einen Premium-Account, kriege eine Lizenz für jedes einzelne Bild und kann sie dementsprechend auch kommerziell verwenden. Das würde ich dir sehr empfehlen. Und dann, welches Mikrofon und welche Belichtung empfiehlst du für Udemy? Also zum Beispiel beim Mikrofon habe ich ein Blue Yeti USB-Mikrofon. Diese Blue Yeti USB-Mikrofone sind eigentlich ziemlich gut und sonst einfach drei Softboxen. Die habe ich bei mir auch rumstehen. Da nehmen wir einfach die Bestseller von Amazon und die werden schon, denke ich mal, ganz gut sein. Und jetzt habe ich endlich meinen echten Namen herausgefunden, nämlich Philipp. Du heißt gar nicht. Nein, du weißt schon. Gut, dass ich jetzt deinen echten Namen kenne. Nein, cool. Gute Fragen. Ich freue mich sehr, dass ihr, wie gesagt, so viele fragt. Falls ihr weitere Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentarsektion rein. Ich werde mein Bestes geben, euch noch zu antworten. Das war es dann bei heute hier für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.